Am Ende geht das Spielchen darum, wie schaffe ich es, dass Leute, die Bock haben, länger als zwei Jahre bleiben. Heute sprechen wir mit Lorenz und Patrick von der TAM Akademie darüber, was eine gute Führungskraft ausmacht. Primär ist erstmal der Punkt von... Nach welchen Kriterien sie in ihrer Weiterbildungsakademie moderne Führungspersönlichkeiten ausbilden? Es geht nicht darum, dass wir Leute sozusagen anpeitschen, um den Job zu tun. Welche Benefits die richtigen sind, um Mitarbeitenden mehr Wertschätzung entgegenzubringen? Davon wirst du auch nicht ein guter Arbeitgeber, weil du einmal im Jahr eine Workhash machst. Und zuletzt, mit welchen einfachen Hacks man jetzt eigentlich eine bessere Führungskraft gibt? Das ist der einfachste Hack, der mir ultra viel Stress nimmt. Hallo Patrick, hallo Lorenz. Ich freue mich riesig, dass wir heute mit euch hier sprechen, weil wir hatten schon so viele Kontaktpunkte und vor allem auch richtig viele Leute bei uns im Team. Seit, ich würde sagen, ein bis zwei Jahren, das wisst ihr wahrscheinlich nochmal viel genauer als wir, schicken wir alle unsere Führungskräfte wirklich ausnahmslos, auch sobald jemand bei uns zur Führungskraft befördert wird, zu euch, zur TAM Academy. Ich war letztes Jahr, ja letztes Jahr war ich auch bei euch, dreimal zwei Tage vor Ort und es hat mir so viel gebracht und ich muss sagen, in so vielen Situationen denke ich immer an euer Programm oder an die Modelle, die ihr gezeigt habt. Und auch, ich kriege immer wieder Nachrichten von meinen Führungskräften, gerade irgendwie letzte Woche, wo dann Philipp aus meinem Team gesagt hat, ich hatte jetzt Gehaltsgespräche und jetzt in den Situationen merke ich richtig, wie viel die TAM gebracht hat und ich freue mich richtig, heute über die TAM zu sprechen, aber auch ein bisschen über eure Inhalte. Richtig, Robin, das ist ja ein digitaler Blümelstrauß, den wir erstmal überreicht bekommen. Danke für das Feedback zu dem Feedback, das ist auch mega nice zu hören, das ist wirklich Wind auf unseren Mühlen der Führungskräfteentwicklung, danke dafür. Ich glaube wirklich, wir haben für keine Sache im Weiterbildungsbudget so viel ausgegeben, wie für die TAM Akademie und das zeigt, glaube ich, wie sehr wir, was ihr macht, wertschätzt und deswegen haben wir gesagt, wir müssen unbedingt heute hier mit euch sprechen, weil, wieso ist das eigentlich entstanden? Weil wir haben gemerkt, wir haben viele Spezialisten, nennen wir das bei uns intern, befördert zu Führungskräften, also typisches Beispiel irgendwie bei uns Arne, der das Facebook-Marketing gemacht hat, hatte einen brutalen Job gemacht, der will sich immer weiterentwickeln, hat gesagt, hey, irgendwann brauche ich Personal und dann hat er irgendwie ein, zwei Leute geführt und dann hast du halt den Salat. Es hat gar nichts mit Arne zu tun, sondern die Führungserfahrung fehlt einfach. Wir haben viele junge A-Player, die Bock haben, was zu reißen, aber trotzdem, Führung ist sehr viel über Erfahrungswert und wenn du keine Erfahrungswerte hast, dann musst du dir die irgendwie anders aneignen und da haben wir dann vor, ich würde sagen, zweieinhalb Jahren, damals Selma, die unser HR geleitet hat, zu dem Zeitpunkt hat dann gesagt, ey, die TAM, ich glaube, die ist mega und dann haben wir ein, zwei Leute zu euch geschickt, Selma damals und Christine Irgendjemand und Chiara und die waren so begeistert, wir intern sagen immer, es war eine 10 von 10, dass wir inzwischen, boah, lasst mich nicht lügen, es müssen so 35 Leute bei euch gewesen sein und nehmt uns doch mal mit auf die Reise. Romy war jetzt da, wir nehmen jetzt mal eine andere Person, und Leon ist jetzt gerade bei uns befördert worden zur Führungskraft, also unser AI Leon wurde jetzt Führungskraft, leitet den Tech-Bereich, dann sagen wir als Unternehmen, wir schicken Leon zur TAM, dass er diese Führungserfahrung aufarbeitet oder, sage ich mal, einfach einen leichteren Start hat. Was passiert dann auf eurer Seite, wenn Leon den ersten Tag bei euch ist? Ja, es war mega geil, dass ihr das auch nochmal so ein bisschen framet und auch diese Zusammenarbeit einfach mega sinnstiftend und mehrwertstiftend. Und Johannes, du hast es gerade gesagt, in Deutschland so jeder Mensch muss erst mal, bevor du eine Heizung reparieren darfst, musst du irgendwie einen Meisterbrief haben und I don't know what your Qualifikation, aber an Menschen darf jeder einfach so rumdoktoren, ohne dass du es mal gelernt hast. Und das ist so auch unser großes Why, warum Führungskräftentwicklung für uns so wichtig ist. Also wir zertifizieren das jetzt nicht mit irgendwelchen TÜV-Zertifikaten oder so, das machen wir in anderen Bereichen, aber für uns einfach wichtig, dass wir die Arbeitswelt nachhaltig verbessern wollen durch Führungskräfteentwicklung, so damit Menschen die bestmögliche Experience haben in Bezug auf zwei große KPIs, einmal auf Zufriedenheit und auf Leistung. Und das sind eigentlich so die beiden Sachen, auf die wir einzahlen, weil wir wollen irgendwie Performance fördern, wir wollen auch gleichzeitig für zufriedene Menschen im Arbeitskontext sorgen. Ich glaube, das machen wir mittlerweile sehr, sehr erfolgreich. Du, Rons, willst du mal ein bisschen reingehen? Wie würdest du machen? Ja, ich würde gerne vielleicht eine Metapher mitbringen. Und zwar, ich habe meine berufliche Karriere in der Sparkasse angefangen und ich war nicht sonderlich so Vorzeige-Auszubilder. Ich habe mich ziemlich daneben genommen. Ich habe während der Arbeitszeit geschlafen. Es tut mir leid, aber ich bin zu spät gekommen. Ich glaube, ich war nur erträglich, aber nicht sozusagen wertschöpfend. Und zur gleichen Zeit war ich aber, so ab 19 Uhr war ich im Leistungssport. Und ich war die gleiche Person, aber ich war in einem anderen Kontext. Und plötzlich war ich total leistungsorientiert. Wir sind Weltmeister geworden. Ich habe irgendwie erfahren, was es bedeutet, wenn man in einem Team ist, das High-Performance liebt, mag, trotzdem miteinander irgendwie durch dick und dünn geht, gemeinsam wirklich auch Scheiße fressen kann. Auf der anderen Seite aber auch dann irgendwie den Pokal zu halten. Und die Arbeitswelt hat mir das überhaupt nicht demonstriert, dass das auch geht. Und ich glaube, dieses Bild von Menschen sind per se erstmal bedürftig nach, ich möchte eigentlich wertschöpfend sein, ich möchte Teil der Lösung sein etc. Nur manchmal ist die Umgebung nicht förderlich dafür. Und wie schaffen wir es als Organisation im Endeffekt genau das, was Patrick gesagt hat, so Zufriedenheit und Leistung zusammenzubringen, wie es ganz viele Leistungssportler schaffen. Intrinsisch motiviert, performanceorientiert, Spaß an der Sache, trotzdem irgendwie dranbleiben. Und ich glaube ganz fest daran, dass das im beruflichen Kontext auch geht. Und Führung ist da halt, ich glaube, der signifikanteste Hebel für. Und Johannes, ich meine, guck dir die Firma an, die du gebaut hast. Die ist nun mal einfach Rapid Developing und da musst du halt im Endeffekt mit den Kompetenzen mitlaufen. Ansonsten hast du irgendwann einen riesen Haufen an Menschen, die ganz viel tun, aber nicht das Richtige. Was tun sie dann bei euch? Also lasst uns gerne nochmal zum Beispiel kommen. Leon hat jetzt den ersten Tag bei euch. Wie schafft ihr es innerhalb von, ich glaube, acht Tage oder sowas, in grob sind es dann bei euch vor Ort, wie schafft ihr es von Leon, der keinerlei Führungserfahrung hat, ihn so vorzubereiten, dass er, ich sag mal, 80 Prozent der Begegnungen, die er dann als Führungskraft hat im Arbeitsalltag irgendwie meistern kann. Die letzten 20, ganz bewusst gewählt, auf die kann man nicht trainieren. Ob man jemanden feuern muss und so, das kann man vorbereiten, aber es ist am Ende des Tages, man arbeitet mit Menschen, die ganz individuell sind. Also wie schafft ihr, die 80 Prozent zu erreichen in acht Tagen? Ich versuche den Anfang und du auch kombinierst. Also ich glaube, primär ist erstmal der Punkt von Führung kann man lernen. So und das ist ein Handwerk, das bestimmte Werkzeuge hat und ich glaube, die größte Herausforderung ist, ganz, ganz viele Menschen im beruflichen Kontext kommen aus dem Produkt, also Führungskräfte insbesondere, auch Geschäftsführer, Inhaber etc., die haben entweder eine tolle Idee gehabt, die haben ein tolles Geschäftsmodell gesehen, die sind in diese Rolle reingerutscht, weil sie Arzt geworden sind und plötzlich müssen sie sozusagen eine ganze Praxis leiten. Aber die kommen ja ganz häufig nicht aus der, ich muss mich jetzt mit Menschen beschäftigen, sondern ich bin extrem gut in einer Sache oder ich habe eine Opportunity erkannt und die möchte ich heben und jetzt plötzlich brauche ich Menschen, um diese Opportunity zu heben. Aber diese Menschen sind so irrsinnig unterschiedlich und ich verstehe gar nicht, was die von mir wollen. Ich habe denen doch jetzt mehr Geld gewonnen. Warum sind die jetzt immer noch schlecht drauf? Wir haben doch doch vor einem Monat darüber gesprochen, warum ist jetzt wieder irgendwie was schief? Also es ist immer sozusagen dieses Unverständnis für die menschliche Psyche und ich glaube, genau das ist der Punkt, dass wir versuchen, die einfachsten Weg zu dem Ergebnis herzuleiten und in Form von, wir möchten nicht, dass das Wirtschaftspsychologen sind, die bei uns rauskommen, sondern das müssen Praktiker sein. Also die müssen in der Lage sein, mit ganz einfachen Gesprächsformaten Ergebnisse zu erzählen und Führung auf den Prozess der zielorientierten Leistungssteigerung durch Kommunikation. Und deswegen ist Kommunikation das Haupttool. Dafür gibt es unterschiedliche, so 80 Prozent aller Gespräche sind repetitiv, also fallen immer wieder an. Können wir da mal reingehen? Wie genau bringt dir jemand Kommunikation bei? Also können wir da so einen kleinen Ausschnitt mal sagen, was für Tools gibt es? Wir versuchen hier im Podcast immer, den Leuten, die zuschauen, zuhören, so kleine Nuggets mitzugeben, dass man wirklich auch was lernt und es nicht nur eine coole Story ist. Deswegen lasst uns Thema Kommunikation A und O bei einer Führungskraft. Was kann man machen? Was könnt ihr uns hier in den nächsten fünf Minuten beibringen, dass ich morgen ein besserer Kommunikator bin? Also ich glaube, man lernt Führung bei uns auf vier verschiedenen Ebenen. So ist Leading Yourself. Erstmal wäre, wenn ich selber als Führungskraft, was für verschiedene Rollen kann ich einnehmen. Das Thema, worauf wir gleich mal eingehen können, ist Leading Individuals. Das ist halt so, wie ich eins zu eins Gespräche würde. Das können Personalentwicklungsgespräche sein, Kritikgespräche, Feedbackgespräche, Entwicklungsgespräche. Dann ist es Leading Teams. Also wie ich high-performante Teams organisiere und steuere. Und darüber die Ebenen Leading Organizations. Die ist vor allem für Executives und für GründerInnen mega spannend. Und Johannes, um ein bisschen konkreter reinzugehen, was Führungskräfte bei uns lernen, ist, glaube ich, motivkongruente Anreizgestaltung. What the fuck? Was ein Wort? Ich bin halt Wirtschaftspsychologe. Das verlangen wir nicht von unseren Führungskräften. Aber ich bin einer und wir versuchen, das den Leuten so anwendbar mitzugeben. Motivkongruente Anreizgestaltung ist halt, oder besagt, du musst verstehen, was die Motive, Wünsche, Bedürfnisse, Ängste deines Gegenübers sind. Und dementsprechend passe ich als Führungskraft meine Anreize an. Und meine Anreize sind halt in dem Fall, the easiest way ist meine Kommunikation. So, worauf zahle ich bei jemandem ein? Wenn Romy zum Beispiel ein Sicherheitsbedürfnis hat, dann bringt es nichts, dir irgendwie Prestige zu geben oder so. Aber Romy scheint ein Prestigebedürfnis zu haben, weil sie Geschäftsführerin ist, weil sie einen Podcast mit dir gemeinsam hat, der ziemlich geil und ziemlich erfolgreich ist. Also sollte ich meine Anreize, die ich als Führungskraft habe, in meiner Kommunikation auf ihre Bedürfnisse anbauen. Und so ist es halt, das lehren wir Führungskräften. Und deswegen, Johannes, das, was du gesagt hast, wir helfen halt dazu, auf 80 Prozent zu kommen und möglichst viele Fuck-Ups zu vermeiden. Weil wenn ich weiß, was mein Gegenüber braucht und will, dann kann ich meine Kommunikation anpassen. Das ist ein bisschen komplexer als jemand ist rot, gelb, grün, blau. Das lehren wir explizit nicht, sondern wir lehren halt Menschen zuzuwöhnen, die richtigen Fragen zu stellen und dann die richtigen Anreize zu bieten. Vielleicht auch aus der Praxis, wie wir das Ganze umgesetzt haben. Bei uns waren alle Führungskräfte bei der TAM und wir haben danach nochmal so einen Team-Lead-Tag gemacht mit allen Führungskräften, wo wir diese ganzen TAM-Inhalte einmal durchgegangen sind und drüber gesprochen haben, wo kommt das Ganze eigentlich bei uns zum Tragen, welche Prozesse wollen wir auch irgendwie umstellen, welche Termine. Und was haben wir umgestellt? Wir haben zum Beispiel, also ich glaube eine, ihr müsst mich jetzt korrigieren, das ist schon ein bisschen her bei mir, aber ihr habt so ein Modul gehabt, das hat allen sehr gut gefallen, systematische Müllabfuhr hieß es, glaube ich, wo es darum geht, wirklich mal die ganzen Kalender und Prozesse durchzugehen, was ist eigentlich wirklich unnötig. Und das haben wir zum Beispiel in allen Teams gemacht und haben halt bestimmte Termine umgestellt, All-Hands umgestellt, wo sind eigentlich, ja einfach irgendwie, was ist tote Zeit bei vielen und auch, wenn ich immer das Gefühl hatte, wir sind eigentlich super effizient unterwegs, gab es da doch sehr viele Punkte dazu und haben halt auch dann unser Team befragt mit Typeforms und haben gefragt, wo habt ihr das Gefühl, dass ihr eigentlich gar nicht viel beizutragen habt und das war so eine konkrete Sache. Aber jeder von uns hat nochmal die Module zusammengefasst, so die wichtigsten Punkte und mir persönlich und ich glaube auch den anderen hilft es am meisten, gerade diese ganzen Gesprächssituationen, nochmal in, wir haben es in Notion dann zusammengefasst, in Notion uns reinzugehen und zu schauen, okay, sich bewusst machen, welches, welches, in welches Gespräch gehe ich eigentlich. Und das war mir vorher immer nicht unbedingt klar, sondern ich hatte jetzt ein Gespräch mit Person XY, aber es war irgendwie Feedback, Kritik, Gehalt, es war irgendwie immer eins. Und vorher mir anzuschauen, okay, was habe ich jetzt eigentlich für ein Gespräch, in welcher Situation bin ich und für uns war somit das Interessanteste, in welcher Rolle agiere ich eigentlich. Agiere ich jetzt gerade irgendwie als Motivator oder bin ich jetzt wirklich die Führungskraft, die Disziplinäre, die wirklich auf den Tisch hauen muss und sagen muss, so geht es nicht weiter. Und wie baue ich das Gespräch auf? Und da gehe ich immer super oft noch in unser Notion, irgendwann kommt mehr Routine und ich merke, ich gehe nicht mehr ganz so oft rein, weil ich jetzt irgendwie weiß, wie ich agiere. Aber das hat mir am Anfang und ich glaube auch den Leuten im Team am meisten gebracht, wirklich Gespräche auch voneinander zu trennen, also zu sagen, wir haben vorher, wir hatten immer Feedbackgespräche und Feedbackgespräch war auch irgendwie Gehaltsgespräch. Das war für mich so ein Aha-Moment, so wo du gemerkt hast, wenn Gehalt gerade voll das große Thema bei einer Person ist, dann ist das Feedback, was auch super wichtig ist, komplett steht eigentlich woanders für die Person und du sprichst gar nicht wirklich über die Arbeitsleistung, weil das so das Thema eigentlich für die Person ist. Und seitdem wir das zum Beispiel getrennt haben, wurde auch unser Feedbackprozess ein ganz anderer und viel, wir gehen da viel detaillierter rein. Ich habe das Gefühl, wir reden jetzt wirklich über die Arbeitsleistung und keiner sitzt 50 Minuten da und denkt, oh, hoffentlich kommt das Thema Gehalt noch auf. Ja, richtig gut. Ich glaube, da kommt noch ein anderer Punkt dazu und zwar, die, also erstmal eine neue Gesprächsführung zu haben und eine ganz klar aufgeteilte, von wegen bin ich jetzt der Coach, bin ich der Facilitator, bin ich, bin ich jetzt wirklich die disziplinarische Vorgesetzte und muss ich jetzt gerade sozusagen Kritik üben an einem Kriterium, das wir gemeinsam definiert haben. Und auf der anderen Seite, glaube ich, auch wirklich dieses Verständnis für die, die Psychologie und zwar, dass jemand sagt, ich möchte mehr Geld. Das heißt nicht automatisch, dass das das Problem ist, sondern dass im Zweifel eine fehlende Wertschätzung das Problem ist und diese fehlende Wertschätzung möchte ich im Endeffekt dann monetär spüren, dass ich wieder gesehen werde und jetzt ist da die Frage, auch da von wegen, löst das wirklich ein Problem oder gibt es vielleicht eine andere Währung, die zum Beispiel auch gerade irgendwie übersehen wird und ich finde es so irrsinnig spannend, als ich das das erste Mal erlebt habe von, mir wurden Bursenkopfhörer geschenkt und das sind 400 Euro gewesen, aber ich habe die sechs Jahre behalten und die hatten einen totalen Wert, weil das sozusagen eine Wertschätzung war in Form von, hey cool, dass du hier bist, hätte ich damals 2000 Euro überwiesen bekommen, hätte ich heute nicht mehr gespürt, hätte ich nicht gesehen, wären verkonsumiert geworden und ich glaube, dass es, dass gute Führung viel, viel weniger mit dem Gehalt zu tun hat, als mit dem ganzen Blumenstrauß an Dingen, die zwischen den Gehaltsüberweisungen stattfindet und ich glaube, da ist halt ganz vielen auch ihr Spektrum gar nicht bewusst. Hast du mir deswegen auch mal Bursenkopfhörer? Natürlich. Jetzt kommt es raus. Ich habe natürlich auch, als wir die TAM damals neu aufgebaut haben, wir waren zu zweit, wir haben selber noch keine Gehälter gehabt, Patrick und Caro haben bei uns angefangen im September 2017 und Caro hatte am 21. September Geburtstag und wir haben dann tatsächlich entschieden, obwohl wir selber noch keine Geld hatten, dass wir den beiden einfach nur cool, dass sie da sind, 400 Euro gut Bursenkopfhörer schenken und Patrick gleich mit, obwohl eigentlich Caro noch Geburtstag hatte und das haben wir dann noch ganz fancy im Sohohaus übergeben. Also wir haben wirklich overdelivered in Form von Wertschätzung und ich glaube, das war halt so ein Punkt von wegen, hey, wir können gerade nicht viel Geld ausgeben, aber wir möchten trotzdem alles, was in unserer Kraft steht, wir möchten nicht zweites Regal. Also wenn, dann bitte das oberste Regal, weil das auch eine Art der Wertschätzung ist, die man einfach spürt. Dann lass uns doch mal zusammentragen, welche Arten von Wertschätzung und welche kleinen Hacks gibt es denn im Alltag seinen MitarbeiterInnen mehr Wertschätzung zu zeigen, weil ich sehe das auch bei uns. Na ja, der Erste ist gut gemacht und danke dir. Das sind wirklich die einfachsten Dinge und wenn ihr euch mal, kennt ihr Breaking, Breakpoint, diese Netflix-Serie über Tennis? Ja. Da wird da so crazy deutlich, wie Profis, wirklich bei jeder Vorhand kriegen die einen gut gemacht, sehr guter Stand, schön durchgezogen. Die kriegen 400 Mal gesagt, dass sie etwas gut machen und am Ende kriegen sie eine Info, was willst du morgen anders machen? So, das ist das Verhältnis von Feedback und in der Arbeitswelt ist es ganz andersrum. Es ist das nicht gut genug, das nicht gut genug, das nicht gut genug und von wegen, dann kommt man eine gute E-Mail, wo man im CC war und man reagiert nicht drauf, sondern man nimmt das als granted. Und ich glaube, das ist einfach das komplett falscheste Verhältnis. Also das, glaube ich, ist schon ein riesen, riesen Element für Führung. Und ich glaube, das kommt auch ein bisschen auf den Reifegrad der Mitarbeitenden an, die du halt führst. Wenn du reife Mitarbeitende führst, die kannst du über Ziele und Ergebnisse führen. Wenn du relativ juniorige Mitarbeitende führst, musst du erstmal über Aktivitäten und über Engagement vielleicht führen und musst dementsprechend auch als Führungskraft dann das Loben inzentivieren und das dann weiterhin nutschen. Also nutschen ist ja so das Phänomen, dass ich alles zur Verfügung stelle und gewünschtes Verhalten provoziere und das kann ich auch als Führungskraft durch eben Lob, Anerkennung und Bereitstellung von den richtigen Systemen. Und ich meine, ihr als Stocks und Stocks seid ja auch ein mega geiles Beispiel. Denn das, was ihr alles als Unternehmen und als Arbeitgeber macht, das ist ja auch over the top. So, das erwartet ja auch niemand, so dass ihr irgendwie, keine Ahnung, wo ihr hinkriegt nach Mallorca und Wellnesshotel und so. Keine Ahnung, als ich früher im Konzern gearbeitet habe, da war irgendwie zwei Sterne Hotel Rahmenvertrag angesagt. Da hätte es ja nicht sowas gegeben, was ich nie erwartet hätte oder was ich mir privat auch niemals leisten. Wie schätzt du, wertschätzt du deine Mitarbeiter und hast du ein, zwei Hacks dabei, wie du das irgendwie jetzt auch mit 20 Vollzeitleuten gut hinbekommst? Ich glaube, es ist, ich denke da schon sehr bewusst drüber nach und ich glaube, der richtige Begriff ist eigentlich schon gefallen, nämlich Blumenstrauß bei euch vorhin, weil wir auch merken, dass jeder was anderes super wertschätzt. Also, wir haben das Beispiel, dass eine Person wollte jetzt auf 90 Prozent runtergehen und wollte das aber erst mal antesten und das war für sie viel mehr wert als jetzt irgendwie, glaube ich, eine Gehaltserhöhung in dem Moment, sondern erst mal bei ihr ist es irgendwie das Thema Freizeit und auch Themen irgendwie anpassen oder antesten zu können. Dann schon das Thema auch Workations ist bei uns ein großes Thema und das fällt irgendwie alles auch unter Verantwortung und eigenverantwortlich irgendwie handeln können und auch vor allem Vertrauen bekommen. Also, ich glaube, wir haben viele Benefits, die wir bieten, die unter dieses Thema Freiheit, Freizeit, Verantwortung fallen und klar, dann gibt es natürlich irgendwie Gehalt, Boni, wir haben auch ein sehr individuelles Bonussystem, wo man irgendwie, wo es wenig Deckel gibt und was sehr irgendwie Performance orientiert ist, was super wertgeschätzt wird, wo wir aber auch gleichzeitig wieder merken, dass es andere nicht so wertschätzen oder dass es einfach nicht irgendwie für sie das Interessanteste ist, sondern die sagen einfach, okay, ich will bis zu einem gewissen Punkt performen, was auch vollkommen fein ist und dann ist mir aber eigentlich persönlich nochmal viel wichtiger, dass ich irgendwie von wo auch immer jetzt irgendwie arbeiten kann und dass ich irgendwie flexibel sein kann. Das sind eigentlich so, glaube ich, die größten Punkte bei uns. Also, wir haben schon viele irgendwie monetäre Anreize und Benefits, die man auch für sich sehr stark nutzen kann. Seit wir das Bonussystem eingeführt haben, gibt es auch viele, die einfach da nochmal mehr die Extrameile gehen, weil sie einfach sagen, das ist mein persönlicher Benefit irgendwie bei Snogs Hiting, dass wenn ich da nochmal mehr Gas gebe, dass mein Gehalt nicht so wirklich gedeckelt ist und bei den anderen, der andere große Part sind viele solche Freiheitenthemen, was, glaube ich, bei Snogs auch ähnlich ist, oder? Und dann auch prinzipiell, dass wir die Offices haben, dass wir Vacations auch zusammen machen oder unser Summer Trip und dass wir viel irgendwie im Team ermöglichen, Team Lunches. Also, ich glaube, das ist so, ich glaube, der große Benefit ist, dass man sich irgendwie seinen Benefit aussuchen kann. Ja, vielleicht dazu noch ein Punkt, Romy, ich glaube, diese eine Workation, die macht man ja wahrscheinlich einmal, vielleicht zweimal pro Jahr. Mich erinnert das ein bisschen immer an diese Metapher, einmal im Jahr an Weihnachten in die Kirche gehen, um ein guter Christ zu sein. Ich glaube, davon wirst du auch nicht ein guter Arbeitgeber, weil du einmal im Jahr eine Workation machst. Ich glaube, das ist mega cool, dass ihr es macht. Aber ich glaube, was ihr wahrscheinlich besser macht als andere Unternehmen, würde sein, dass das Daily Life eurer Mitarbeitenden einfach Spaß macht, dass das Wellbeing am Arbeitsplatz einfach ein Gutes ist und vor allem halt auch, dass ich, und da sind wir wieder bei dieser Motivkonkurrenz, dass ich einen Job habe, auf den ich per se Bock habe und dass ich eine Führungskraft habe, die sich mit mir auseinandersetzt und die sieht, was ich gut mache, was ich gerne mache und dann dementsprechend auch dafür sorgt, dass dieser Job so aufgebaut ist. Weil ich glaube, auch das Überkompensieren mit irgendwelchen externen Incentives, das findet halt auch vor allem oft dann statt, wie Lorenz gesagt hat, wenn der Job nicht als cool empfunden wird und wenn ich dafür sorge, dass sich Leute entweder mehr entspannen können, weil sie eine Viertagewoche haben und nur ein großes Ruhe-Motiv haben oder vielleicht auch ein hohes Erkundungsmotiv haben und dementsprechend hier mal dafür sorge, dass die neue Projekte machen können, Business Development betreiben können, so dann brauche ich ganz viele andere Tools überhaupt gar nicht aus der Schublade zu holen. oder vielleicht ein gutes Beispiel, wir haben 2000 Euro pro Person Fortbildungsbudget, was man individuell irgendwie einsetzen kann und das wird so unterschiedlich wahrgenommen und auch in dem Fall... Was ist das Verrückteste, wofür das eingesetzt wird? Es wurde jetzt viel für Konferenzen eingesetzt. Hatten wir was richtig Verrücktes? Wir haben viele verrückte Sachen. Ich glaube, du weißt sie gar nicht. Vielleicht kannst du sie gleich noch sagen. Wir hatten auch viele irgendwie, also wir hatten einfach viele Leute, die direkt gesagt haben, mega geil und die irgendwie in super vielen Weeklys direkt auf mich zugekommen sind, ich würde gerne das damit machen, hast du noch eine Empfehlung, ich würde gerne Rhetorik-Schulung machen, ich würde gerne dies machen oder auch ich hätte gerne irgendwie drei Zeitschriften-Abos dazu, weil ich mich zu dem Thema irgendwie einlesen will und dann gibt es Leute, denen kann ich diese 2000 Euro geben, die werden die nicht anrühren, ist auch in Ordnung, aber nur das als Benefit zu haben, damit würde ich halt auch irgendwie 30% überhaupt nicht glücklich machen, weil sie das Budget nicht anrühren. Aber vielleicht du, was haben wir als verrückte Sachen? Fitness-Trainer-Ausbildung wollte eine Person machen, Heilpraktika-Ausbildung, hatten wir, dann ein Krisen- und Kommunikationscoach hatten wir, Yoga-Ausbildung hatten wir und ich, das muss man bei uns verrücktere Sachen dann beantragen und die Person, die das macht, Larissa, hat mich dann gefragt, ey, sollen wir es machen? Und ich stelle immer nur die Frage, macht es die Person denn am Ende des Tages glücklicher? Weil meine Philosophie ist, wenn das die Person glücklicher macht, dann arbeitet sie auch besser, besser. Daher haben wir viel geilen Scheiß, was die Leute machen, die sie dann auch zum Beispiel als Coach bei uns im Unternehmen umsetzen. Also, wir haben dann die Person, die auch Yoga-Ausbildung gemacht hat, heißt Larry, die Personal Brand-Chefin, die macht jeden Freitag, glaube ich, um 9 Uhr, 8 Uhr, macht die für alle Yoga im Unternehmen for free. Also, da haben wir schon sehr coole Sachen. Oder die Larissa Huth, die unser Development macht, macht ja eine Coaching-Ausbildung, ich glaube, auch irgendwie kombiniert mit der TAM. Also, da haben wir schon viele, die sich dahingehend dann, ja, stark weiterentwickeln. Ja, ein Beispiel habe ich auch noch, fand ich nämlich auch interessant dazu. Auf mich kam auch einer aus dem Team dazu und meinte, ey, wenn ich ehrlich bin, dann bräuchte ich, ich habe einen Coach jetzt, der mich irgendwie Richtung Sport, Ernährung und sowas coacht, weil eigentlich fehlt es mir, um den, um meinen Job noch besser zu machen, fehlt es mir in Energie und irgendwie, es heißt, glaube ich, Energiemanagement und da wird jetzt irgendwie sechs Monate auf Energiemanagement gecoacht und er hat einfach gesagt, es hat nicht direkt was mit meiner Arbeit zu tun und ich würde das auch so machen, aber ich habe das Gefühl, dass ich meine Energielevel nicht richtig nutze und dass ich da noch irgendwie viel mehr rausholen kann, weil ich aber nicht das Wissen darüber habe, das ist vielleicht das Verrückteste bei uns, was jetzt nicht direkt was mit deiner Arbeit zu tun hat, aber wenn du jeden Tag irgendwie 20 Prozent mehr Energie hast, dann hat das, glaube ich, im Endeffekt schon einen großen Einfluss. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen die Argumentation auch. Also da kann man sich im Endeffekt auch wieder im Leistungssport echt gut orientieren, weil wenn man sich mal einen Leistungssportler anguckt, dann wird das gesamte Leben durchoptimiert. Nutrition, Schlaf, Stress, Arbeitsweg, Regenerationszeiten und wir erwarten das im Endeffekt von unserem Team, dass die das alles selber machen und alles im Griff haben und im Endeffekt wir einfach nur sagen, ich will dich von acht Stunden am Tag auf die Minute genau und da sollst du nur Output generieren. Und ich glaube einfach, dass es ein Märchen ist. Also ich glaube erstens, dass es nicht so funktioniert, weil es ist kein Laptop, den man aufklappt, dann funktioniert er. Und auf der anderen Seite glaube ich halt auch, dass wir sind halt im, eigentlich ist das das neue Game das Retention Game und zwar, wenn du dann deine High Potentials gefunden hast, dann geht es eigentlich nur noch darum, wie kannst du die Reise, die gemeinsame Reise so maximal lang gestalten und so wertvoll für beide Parteien wie möglich. Und dann werden wir merken, dass es halt total unterschiedliche Reisen gibt, aber ich muss halt für jeden, so okay, hier müssen wir irgendwie das Energiemanagement im Griff haben, hier müssen wir vielleicht irgendwie eine Lösung finden, dass der Arbeitsweg kürzer ist. Hier gibt es irgendwo vielleicht nur das Bedürfnis, irgendwann mal auf der Bühne zu stehen. Also wie kann ich es ermöglichen, dass diese Person genau dieses Bedürfnis vielleicht in dem Rahmen, den ich leisten kann, irgendwie erreicht. Und ich glaube, dann merken wir plötzlich, es geht halt nicht darum, dass ich einfach nur eine Humanressource anzapfe, sondern es geht darum, dass man einen gemeinsamen Weg geht und der halt für jeden Einzelnen unterschiedlich sein kann. Und ich glaube, das ist halt, am Ende geht das Spielchen darum, wie schaffe ich es, dass Leute, die Bock haben, länger als zwei Jahre bleiben. Das haben, glaube ich, viele Arbeitgeber noch nicht verstanden, dass nach zwei Jahren geht, glaube ich, die Suche los, von wegen, mein CV sieht gut aus, jetzt gehe ich sozusagen auf die weitere Reise und da muss ich im Endeffekt wirklich hart kompetitiv sein und mehr leisten als andere an Arbeitgeber und Führung, Package, Perspektive, Weiterbildung, das sind halt die großen Themen und da haben junge Leute Bock drauf. Schaffen wir noch ein paar kurze Golden Nuggets aus dem Thema Führung mitzubringen. Ich habe eins von heute Morgen, was man direkt umsetzen kann und zwar, ich kam gerade etwas zu spät in den Podcast. Wieso? Weil ich jeden Morgen schon immer, das kann Romy bestätigen, jedem guten Morgen sage. Früher, als wir noch weniger Leute waren, habe ich jeden Morgen jede Person, die im Büro war, in den Arm genommen und einen Kaffee gemacht, als wir so fünf bis zehn Leute waren und das war, sage ich mal, eine der größten Sachen der Wertschätzung, die ich als Geschäftsführer bringen konnte. Ich wusste jeden Namen, habe jeden umarmt, auch wenn es, vor allem wenn man neue Leute hat, echt cringe war, aber nach dem dritten, vierten Tag ist es ganz normal. Inzwischen, weil wir hier im Büro dann 30 Leute sind, mache ich keinen Kaffee mehr, sondern rede mit jedem und vor allem sage den Namen und das muss ich sagen, kommt auch immer wieder in Mitarbeiterumfragen als positives Beispiel, so ey Johannes, kennt meinen Namen und so weiter, ist natürlich jetzt bei 140, 150 Leuten auch was anderes, aber für alle ZuhörerInnen kann ich euch nur mit auf den Weg geben, wenn ihr auch ein, zwei, drei, vier Leute habt im Unternehmen, sagt denen jeden Morgen bewusst Hallo, nicht kurz rein Hi, sondern wirklich bewusst guten Morgen, alles klar, das würde ich sagen, ist ein so ein Golden Nugget, was wir schon immer machen, das extrem wertvoll ist. Dann ein zweites Golden Nugget und zwar, es gibt bei uns den Allgemein Channel in Slack, wo alle Leute drin sind und durch das ganze Thema AI ist es natürlich so geworden, dass viele Sachen doch schneller mit AI geschrieben sind und dann habe ich irgendwie, ich bin super AI-Freak, habe mir einen super Prompt gebaut und keine Ahnung was und habe die Allgemeinnachrichten in dem Allgemein Channel habe ich mit AI geschrieben. Ey, alles war in Ordnung und auf der Weihnachtsfeier kam dann eine Person betrunken zu mir und meinte so, ey Johannes und ich so, ja und dann meint sie so, voll schade, dass du jetzt deine ganzen Nachrichten mit der AI schreibst und ich so, wie? Ja, das weiß doch jeder, das merkt doch, ey, das ist so und so geschrieben, voll schade und dann war ich so, okay, fuck, habe mich entschuldigt und seit diesem Moment mache ich jede Nachricht von mir im, sage ich mal, in die Firma, ins Unternehmen rein, entweder ein Video in Form von dem Tool Loom oder eine Sprachnotiz und seitdem mache ich auch so viel mehr Sprachnotizen, weil in Zeiten, wo jetzt jeder einen coolen Text schreiben kann mit AI, ist es eben keine Wertschätzung mehr, wenn du einen langen, guten Text schreibst. Vor zwei, drei Jahren, wenn ich einem Mitarbeiter so einen Text geschrieben habe, war das eine krasse Wertschätzung. Jetzt ist es das nicht mehr, und deswegen muss man jetzt auch, sage ich mal, die Art der Kommunikation, gerade wenn man so viele Remote-Leute hat wie wir, muss man krass anpassen und das kann ich euch auch nur mit auf den Weg geben, mal auszuprobieren, auch im privaten Umfeld, gar nicht so viel Texte zu schreiben, sondern Videos schicken, Bilder schicken, Sprachnotizen, das ist ein ganz anderes Level an Kommunikation und da merkt ihr auch, der Umgang miteinander wird ein ganz anderer. Same, same, witzig, also als hätten wir voneinander abgeguckt, du hättest, also ich umarme auch jeden Morgen jeden Tummy, es gibt einige Tage an Ausnahme, wo ich sozusagen gestresst bin, aber ansonsten wirklich auch Umarmung und auch neue Praktikanten sind da auch am Anfang immer ein bisschen irritiert, aber das legt sich dann relativ schnell und tatsächlich auch wirklich Umarmen empfinde ich als wirklich etwas, was in unserer Gesellschaft verloren gegangen ist und auch durch Corona maximal wieder irgendwie, ja, irgendwie nur die, nur den Ellbogen, deswegen, ähm, same, same. Und das Zweite, ähm, ähm, ich mache meine CEO-Updates auf dem iPad gescribbelt und das ist genau der gleiche Faktor, den du gerade genannt hast, das kann ich gar nicht über das, ähm, Artificial Intelligence lösen und dadurch ist es sozusagen etwas, das kommt von mir, das ist nicht durchoptimiert, sondern das ist etwas, was ich vorbereitet habe, ähm, und das kommt, glaube ich, auch sehr, sehr gut an. Ähm, vielleicht noch einen Punkt, den ich ergänzen will und zwar, wir sind riesen, riesen Fans von Office und die offensichtlich auch, ähm, und ich glaube nicht daran, dass man Menschen zwingen kann, Dinge zu tun, sondern es geht immer darum, dass man Leute dazu bringt, dass es, äh, dass es sich gut anfühlt und dementsprechend, es gibt echt geile Hacks, wie man Leute ins Office bekommt, wie zum Beispiel Free Lunch, jeden Tag, ähm, gibt es coole Anbieter, ähm, dadurch haben wir immer dieses Zusammensitzen und ich habe auch nicht als Praktikant das Gefühl, boah, jetzt acht Euro hier für den Mittagstisch und ich will eigentlich mit, aber eigentlich habe ich nicht das Geld und diese ganze Diskussion damit komplett beenden, wir haben alle den gleichen Anbieter, wir essen alle zusammen, wir haben eine coole Zeit mittags und das Zweite, ähm, die Fahrkostenerstattung und zwar, ähm, ob du aus Leipzig kommst oder aus Potsdam oder aus Köln, äh, wie auch immer, der Punkt ist, ähm, es fühlt sich komisch an in meinem Kopf, wenn ich mein Nettogehalt dafür ausgeben muss, um zur Arbeit zu fahren. Das ist eine obstruse Vorstellung, das muss ich als Arbeitgeber in irgendeiner Art und Weise mit abfangen, weil ansonsten habe ich immer das Argument von wegen, warum soll ich, warum soll ich selber mein Nettogehalt dafür ausgeben, dass ich zur Arbeit fahre, um dann wieder das Geld zu verdienen, das ich gerade ausgegeben habe, dafür muss es da und dann im Endeffekt auch noch Leute dazu zwingen, also da ist für mich sozusagen der, der, der Knackpunkt, ähm, und dann merkt man halt tatsächlich, Leute kommen ins Office und wenn man dann irgendwie noch geile Motto-Tage macht, wo wir hier, ähm, irgendwie aussehen, wie als würden wir ins Berghain gehen oder, ähm, in eine Bergsteigerung, was auch immer. Berghain oder Bergsteiger. Ja, da geht es. Beides gleich wilde Motto-Tage. Aber stimmt, ey, die Motto-Tage, die haben wir uns mal nach Corona wirklich überlegt, als, als Leute auch wirklich Angst davor hatten oder Respekt davor hatten, irgendwie wie auch viele Menschen zu sehen. Das war bei uns eines der geilsten Tools, die wir hatten, damit Leute, da waren alle wirklich im Bock. Das war unnormal. Wirklich, wie die sich angezogen haben und verkleidet haben, war auch unnormal, aber das war wirklich ein mega geiles Ding. Und der Gewinner, der darf das nächste Thema auswählen. Dadurch hast du auch wieder die Weirdness immer am Start. Das habe ich mir gerade hier aufgeschrieben, das muss ich sagen. Ich habe mir auch aufgeschrieben, Free Lunch und kostlose Fahrtkosten, wie viel würde uns das pro Jahr kosten? Ja, sag ich dir, das sind ungefähr 4.000 Euro pro Nase pro Jahr. Das erste oder das zweite oder beides zusammen? Boah. Ja. Aber überleg mal, also das kannst du dir auch ausrechnen, was würde das dann Brutto-Gehaltssteigerung für alle kosten, wenn die sich selber Lunch in die Company bestellen würden und das selber bezahlen würden. Das ist halt auch unnormal. Wir haben das auch mal gemerkt, wir sitzen hier in Berlin-Kreuzberg, so wenn alle Leute rausgehen, anderthalb Stunden, zwei Stunden unterwegs sind, dann streiten sich die einen, ob es heute asiatisch gibt, der andere ist glutenunverträglich und der andere ist Veganer und mag kein Asiator und muss immer alleine essen gehen. Wirklich, wir hatten da ganz komische Diskussionen darüber, das ist wirklich kein Spaß. Ich fand das auch nicht mehr witzig, weil irgendwann war das ein richtiger Stressfaktor. Dann haben sich Leute Essen bestellt, die haben dann erst um 16 Uhr Essen bekommen, haben deswegen Termine verpasst. Und die Opportunitäten, die wir dann mal überschlagen haben, was das kostet, dass Leute halt diesen ineffizienten Lunch-Prozess haben, haben wir gesagt, ey Freunde, wir killen diesen Prozess einfach, wir bestellen das für alle, alle haben eine App, können sich Essen bestellen, das kommt für alle zur gleichen Zeit, gleiche Qualität, egal ob CEO, Praktikant und alle essen zusammen. Das ist eines der geilsten Team-Events, die wir jeden Tag haben. Und das ist halt nicht dieses eine Event, wo wir an Weihnachten in die Kirche gehen, sondern das ist halt jeden Tag, ist das Teil der Working Experience. Das macht es halt für Menschen auch wirklich besonders, hier zu sein. Und was es für Menschen noch besonders macht, hier zu sein, Lorenz, du hast auch noch eine geile Sache, die dir gar nicht mehr so bewusst ist. Du machst ja doch mal saudi-geilen Gimmicks für alle deine Mitarbeitenden. Also früher hat Lorenz mir per Hand Bilder gemalt, so über irgendeinen geilen Erfolg, den ich fabriziert habe mit meinem Team. Hat er mir ein Bild selber designt. Heute macht er das mit AI. Also du hast für alle, bei uns in der Tamam alle Mitarbeitenden Emojis, also so ein Krafttier oder so. Ich bin zum Beispiel der Gorilla. Lorenz hat mir so ein richtig geiles Bild von einem Gorilla mit Sonnenbrille in einem Mantel gemalt. Also ich schicke euch das noch, vielleicht können wir das für die Zuschauer noch einblenden. Das sieht ultra geil aus. Wirklich, das steht auf meinem Arbeitsplatz jeden Tag. Und ich liebe das. Die anderen Bilder, die hängen bei mir zu Hause. Und ich erinnere mich jeden Tag daran, dass das halt mehr ist als eine Arbeit, sondern da ist halt eine Beziehung dahinter. Und jemand, mit dem es Spaß macht, der dich sieht, der dich wertschätzt. Und wo du mehr bist, als einfach nur jemand, der hier Ziele öfft. Boah, das ist gerade so schön und emotional. Wirklich, finde ich sehr schön. Kann man einfach nur so unterstreichen. Vielleicht noch ein Hack, den ich auch versuche, jetzt wieder mehr umzusetzen. In fast jedem, jede Person, die ich führen darf bei uns im Unternehmen, unter anderem ja auch Romy, hatte Romy und ich hatten vor zwei, drei Monaten einen Termin, wo wir gesagt haben, hey, was wollen wir 2024 irgendwie anders oder besser machen als 2023? Wie stellst du dir unsere Zusammenarbeit vor, Romy? Ich weiß nicht, ob du dich noch an das Gespräch erinnern kannst. Und eine der ersten Sachen, wir haben kaum über Gehalt geredet, eine der ersten Sachen, die du gesagt hast, ey, ich will von dir lernen. Du hast gesagt, ey, ich will lernen über so Facebook-Ads, Google-Ads und so weiter. Amazon habe ich jetzt mehr oder weniger durchgespielt, habe da viel Wissen, das gebe ich auch weiter. Aber ich würde mich gerne weiterbilden. Und das wünsche ich mir von dir, 24. Und das fand ich einen sehr prägenden Moment, weil wir haben auch gerade einen Wechsel bei uns in der Führungsebene gehabt bei Snogs. Und dann hatten wir vier absolute A-Player, die sich alle auf die Stelle beworben hat. Und dann habe ich auch mit allen Einzelgesprächen geführt. Und alle waren einfach nur, Johannes, ich will mit dir zusammenarbeiten, weil ich wieder gerne mehr lernen würde. Und das merke ich, ist so underrated. Und da einfach mein Hack und mein Tipp, den ich versuche, inzwischen umzusetzen, jede Woche ein Video in den Allgemein-Channel oder in, sage ich mal, Führungskräfte-Channel, wo ich irgendeine random Sache erkläre. Ich erkläre zum Beispiel, wie ich in meinem Alltag AI nutze. Oder mein nächstes Thema ist, Leute, die über 66.000 Euro bei uns im Unternehmen verdienen, sollten eine private Krankenversicherung machen, weil da können sie sich richtig viel Geld sparen, weil ich studierter Banker bin, kenne ich mich damit. Also irgendwas, wo die wirklich Mehrwert haben oder über ETF-Sparpläne, habe ich schon gesprochen, alles Mögliche und gar nicht per se mit der Arbeit, weil sie dann einfach wissen, ey, solange ich bei Snogs bin, lerne ich was und komme ich weiter. Und da, glaube ich, kann jeder, Geschäftsführer, Geschäftsführerin, kann einen Riesenhebel haben. Das sind irgendwie fünf bis zehn Minuten pro Woche, aber ich kann mit diesen zehn Minuten 130 Leuten stärker an unser Unternehmen binden. und das wurde mir immer wieder bewusst, wo ich gemerkt habe, fuck man, das muss ich viel, viel mehr machen und für die Leute ist es was krass Besonderes, weil sie sich sonst nicht damit auseinandersetzen, aber schauen sich das Video an und denken, ey, geil, unterbewusst, geil, dass ich bei Snogs bin. Ja, da gibt es übrigens ein schönes Zitat von Erich Fromm zu Sozialpsychologe, Liebe ist das Interesse, ist das aufrichtige Interesse am Wachstum des Anderen und das jetzt mal auf die Arbeitsbeziehung übertragen, ist es ja genau das, was ihr auch lebt und wir, witzig, deswegen muss ich euch die ganze Zeit lachen, weil wir haben genau die gleichen Themen auch schon gehabt, ich habe vor drei Jahren mit Spanen angefangen, einfach weil ich bei uns ein Tum Talk dazu gehört habe, bei uns ist das ein festes Ritual, Tum Talk heißt das, so und das muss nicht bei Loren sein, der irgendwas erklärt, sondern wir als Unternehmen facilitate einfach nur, dass es dieses Format gibt und jeder und jede kann was vorstellen, das kann ja auch irgendwie ein Meditationskurs sein, Atemübung zum Runterkommen, Stressbewältigung, whatsoever, Fotografie, wir hatten dann wirklich auch schon die wildesten Sachen, aber die haben alle in unterschiedlichen Dimensionen vorangebracht und auch als Unternehmen das einfach bereitzustellen und auch diesen Invest vielleicht gar nicht selber zu gehen, das ist glaube ich so the next level, dass du den anderen Menschen einfach eine Plattform gibst, sich gegenseitig zu educaten, das macht einfach ultra viel Spaß und auch davon das Feedback zu sehen und zu bekommen und auch im Daily Doing zu sehen, einfach unendlich wertvoll. Da darf ich aber einmal kurz widersprechen, dass hier auch eine kleine Diskussion entsteht. Auf jeden Fall. Wir haben genau das Gleiche gemacht wie ihr, wir haben dann Mitarbeiter enabled, wir haben externe Leute geholt und so und da haben wir gesehen, dass die Teilnehmerrate nach unten ging und wenn ich das mache als CEO, ist es natürlich nochmal eine andere Art an Wertschätzung, weil jeder weiß, hey, der CEO hat so viel zu tun und wenn ich mir ganz bewusst diese halbe Stunde pro Woche nehme, um Leuten was beizubringen, dann ist es nochmal deutlich stärker, als wenn wir irgendjemand random 1000 Euro zahlen, dass der dieses Coaching oder diese Weiterbildung macht. Daher, ich verstehe, was du meinst und ich glaube, das ist prozessoptimiert gedacht. Ich glaube aber, genau wie mit dem Beispiel AI, Wertschätzung geht es wirklich halt, dass man sich Zeit nimmt, bewusst Zeit nimmt und wenn die Geschäftsführung sich nicht bewusst Zeit nimmt, mal für diese halbe Stunde pro Woche, dann hast du ein Problem und das habe ich für mich selber gelernt. Wir haben 1000 Prozesse für Weiterbildung. Ey, am Ende des Tages ist für viele mit das Allerschönste, wenn sie einfach von mir was beigebracht bekommen oder vom anderen Geschäftsführer und so weiter, weil wir dann zeigen, Leute, ihr seid uns wichtig, wir möchten euch etwas beibringen und wir buchen nicht nur einen Random Coach. Geil, jetzt möchte ich sie auch nochmal kurz widersprechen. Ja, voll. Weil ich glaube tatsächlich, es sind sozusagen unterschiedliche Wege und ich glaube, die Intention muss die richtige sein und wir haben den Versuch zu sagen, die Idee ist, dass jeder seine eigene Hero Story schreibt. So, und eine Hero Story hat immer eine Phase des Sufferings, des Tal der Tränen, da tut es weh, da ist es unangenehm, etc. Und die Intention sollte immer sein, wir möchten, dass jeder seine eigene Hero Story schreibt und das bedeutet halt, jeder ist an unterschiedlichen Punkten und wir helfen jedem dabei, bei genau dem, was er oder sie gerade braucht, um durch dieses Tal der Tränen zu kommen. Und wir machen, haben wir letztens gerade gemacht, einen 4x4-Focus-Track, das heißt vier Stunden, viermal, auch mit mir und da ging es nur um unternehmerisches Denken und Handeln. Und da geht es halt wirklich darum, unerhängig nur von der TAM als Arbeitgeber und so, wie kauft man eigentlich eine Wohnung? Oder ab wann ist eine Garage in Berlin eigentlich günstig oder wann ist sie teuer? Wie kann man das rechnen? Bis hin zu, was gibt es eigentlich auch privat für Opportunities in Bezug auf, keine Ahnung, hat Kryptofonds aufgesetzt? Nee, haben wir nicht, aber auch was hat sozusagen AI für Opportunities, wie kann man sie erkennen, wie bewertet man sie, wie entscheidet man sich, das zu tun, etc. Und ich glaube, das ist das eine wertschätzende Faktor, das es der CEO macht, da bin ich komplett bei dir, aber, und da bin ich wiederum Fan von, ich möchte nicht, dass es um mich geht. Es geht nicht um den CEO, sondern es geht ja um das Gegenüber. Und jetzt kommt die Idee, wenn Max mehr über ETFs weiß, cool, dann muss Max das machen. Und wenn irgendjemand von euch sozusagen Yoga-Lehrer oder Lehrerin ist, dann macht es Sinn, dass die Person sozusagen euch dabei hilft, wie man in den herabschauenden Hund reinkommt. Ich bin kein Yogi. Aber ich glaube, die Kombination oder die Intention von wegen wie TAM Talk sind dazu da, dass du die beste Version deiner selbst wirst. Der 4x4 Focus Track ist die Idee, dass du die beste Version deiner selbst wirst. Und der Schmerz, den du hast in deiner Rolle ist Wachstumsschmerz. Und solange der sozusagen in einem gesunden Maß ist, ist das auch wiederum Teil deiner eigenen Neuro-Story. Weil wenn das alles gemütlich wird, dann wirst du nicht stolz drauf sein. Und ich glaube, viele junge Leute haben da echt ein Issue mit oder verstehen noch nicht das Konzept von wegen Stolz und Selbstwert kommt durch Schmerz, den ich ertragen habe. Und ich muss da leider immer wieder Fahne hochhalten. Ich will, dass Leute einmal da durchgegangen sind, weil dadurch entsteht ein gerades Rückgrat. Ja, kann ich auch nur unterschreiben. Also ich glaube, was ich zum Beispiel auch gemerkt habe in den letzten irgendwie drei Jahren, was mir irgendwo wichtig ist, weil ich gemerkt habe, so okay, irgendwie, mir geht es genau wie dir, dass ich dann irgendwie auch dachte so, ich glaube, manchmal muss es auch eklig sein, damit man überhaupt irgendwie ein Erfolgsgefühl hat. So, weil wir auch irgendwann intern gesagt haben, naja, oft, wir haben Kundenpitches und wenn dann einfach per E-Mail die Zusage kommt, Hammer, Angebot passt, fühlt sich das nie so gut an, als wenn man nochmal drei Termine hat. Die können nur eine halbe Stunde gewesen sein, wo noch mehr Leute beteiligt waren, man wirklich um den Kunden gekämpft hat. Das kann der gleiche Kunde sein, aber der Erfolg fühlt sich irgendwie anders an, weil man irgendwie mehr gelitten, gefiebert etc. dafür hat und ich für mich persönlich einfach gesagt habe, am Anfang dachte ich, das ist vielleicht irgendwie Schubler, da kann man nicht drüber reden, aber ich will, dass unsere Leute oder bei mir, bei SnogSighting, eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen haben, weil es mir genau um den Punkt geht. Mir geht es gar nicht darum, was sie studiert haben, aber ich glaube, alle, die studiert haben und eine Ausbildung gemacht haben, die haben sich durch irgendwas mal durchgebissen. Jeder hatte irgendwelche Module, auf die er keinen Bock hatte oder irgendwelche Prüfungen und man musste da einfach durch und ich glaube, dass das so wichtig ist, dass man sich auch durch Sachen durchgekämpft hat, weil bei deinem Arbeitsalltag wirst du immer wieder in die Situation kommen, wo du denkst, ich habe keinen Bock gerade, aber du musst es einfach machen, du musst da durch, egal wie optimiert man den Arbeitsalltag und automatisiert aufstellt und da bin ich bei dir. Also, ich glaube, wir sind schon sehr tief irgendwie inhaltlich abgetaucht und ich bin mir sicher, der eine oder andere, der den Podcast jetzt hört, überprüft mal irgendwie sein eigenes Team und denkt, ah ja, das macht uns auf jeden Fall auch Sinn, aber für alle, die jetzt zuhören und nicht irgendwie direkt jetzt auf den Buchen-Button klicken oder mit euch ein Gespräch vereinbaren, sondern irgendwie denken, okay, bei mir rattert es schon und ich glaube, ich muss irgendwie was umsetzen in meinem Alltag. Habt ihr drei Tipps, wo ihr sagt, wenn ihr eine gute Führungskraft werden wollt, dann fangt mit den drei Sachen an. Kommt natürlich zu uns in die TAM, aber wenn ihr jetzt irgendwie gerade das Gefühl habt, irgendwie gehe ich nicht ganz auf in meiner Rolle, habt ihr drei Tipps, die oft schon irgendwie für Erleichterung sorgen? Also, ich würde erst mal ganz vorne anfangen. Ich würde mich erst mal selber fragen, warum bin ich eigentlich Führungskraft geworden? Also, warum mache ich diesen Job eigentlich? Was liebe ich daran? Wie bin ich da überhaupt reingekommen? Das ist die erste Frage, die ich mir stellen würde. Dann würde ich mal Lorenz, und ich mache das auch gerade, Lorenz mit mir als meine Führungskraft, so ein Energy Audit. Was gibt mir Energie? Was zieht mir Energie? Woran habe ich extrem viel Spaß? Woran habe ich vielleicht überhaupt gar keinen Spaß? Dass ich das mal wirklich aufschreibe und das für mich sortiere und dementsprechend dann auch meine Zeit, Energie und Ressourcen verbringe. Und das dritte, wie ich eine bessere Führungskraft werden kann, der setzt dich mit dir selber auseinander, so und überlege auch mal, so was deine Menschen von dir brauchen. So, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Relation. Also, wer bist du und was brauchen die anderen von dir und was kannst du denen auch geben und was kannst du denen nicht geben? Voll oft denken nämlich Führungskräfte auch, dass sie irgendwas geben müssten, was sie gar nicht geben können oder was von denen auch gar nicht gewünscht wird, weil man so aus dem Affekthaus in so eine Rolle reinfällt. Wenn jemand ein Problem hat, will ich sofort das Problem lösen. So, aber sofort mal sich einen Schritt zurückzunehmen und die Person vielleicht die eine Frage zu stellen. Hey, Romy, danke für das Problem. In welcher Rolle brauchst du mich denn gerade? So, ich glaube, das ist der einfachste Hack, der mir ultra viel Stress nimmt und der auch, glaube ich, diese angespannte Mitarbeitenden- und Führungskraftbeziehung ultra entspannen kann. Erstmal, weil das für ganz viel Klarheit sorgt. Ich hätte zwei Ideen. Die erste Idee ist, die Balance finden zwischen Durchsetzungsstärke und Anpassungskraft. Ne, Anpassungsfähigkeit und Durchsetzungsstärke, das meine ich. Weil der Punkt ist, ich habe ja als Führungskraft auch immer ein Ziel, nur ich glaube, es gibt die große These, dass man als Führungskraft, Kraft, Stärke, ich muss vorangehen, ich muss sagen, und da glaube ich im Zweifel gar nicht dran, sondern ich glaube, es ist ganz häufig eher, ich muss mich anpassen, ich muss eigentlich mal meine Schnauze halten, ich muss erst mal zuhören. Und die, wann muss ich mich denn überhaupt durchsetzen? Und das muss ich im Zweifel viel seltener, als ich es glaube. Und ich glaube, das ist, das ist ein großes Learning, dass es nicht bedeutet, ich muss der Lauteste sein, es bedeutet nicht, dass ich der Dominanteste sein muss, bedeutet nicht, dass ich die stärkste Meinung haben muss, sondern es bedeutet eigentlich auch ganz viel laufen lassen, solange es in die richtige Richtung geht und dann muss ich nicht peitschen, dann muss ich nicht irgendwie Ansagen machen. Und das Zweite, was ich glaube, ich mitgeben möchte, ist, es ist nicht der Job einer Führungskraft zu motivieren, sondern es ist, es ist, die Person muss selber ein Warum haben. Ich bin nicht das Warum und ich kann nicht das Warum kreieren, sondern die Person, ich kann dabei helfen als Coach, ja, also tatsächlich, warum machst du das denn, wo willst du denn hin damit, aber ich werde nicht Leute anpeitschen jede Woche und wenn das der Case ist, dann muss man eigentlich die Ebene wechseln und sagen, du, ich habe da keine Lust drauf, du hast da keine Lust drauf, warum bist du hier, was willst du hier eigentlich und was, was musst du für ein Umfeld haben, damit du selber aus dem Bett kommst und Bock hast, das zu tun, was du gerade zu tun hast. Und ich glaube, dass das auch ein sehr klassisches, transaktionales, so jetzt fahren um 9 Uhr alle irgendwie die Tische hoch und so ein bisschen, es war auch so ein bisschen das, was ich im Leistungssport gelernt habe, wenn du zu mir kommst, dann mache ich dich zum Weltmeister, aber warum du hier bist, musst du schon selber wissen und ich werde dich nicht anrufen, warum du nicht zum Training kommst, also mache ich einfach nicht. Und Kobe Bryant hat das auch mal schön gesagt, er will mit niemandem arbeiten in seinem Team, den er ins Gym schleppen müsste. So, und das ist der Punkt. Es geht nicht darum, dass wir Leute sozusagen anpeitschen, den Job zu tun. Die Person sollte diesen Grund selber haben und wenn die Person da keinen Bock drauf hat, dann ist es all good, aber dann ist es nicht mein Job, dass ich das für die Person übernehme. Es ist mein Job, rauszufinden, was es sein könnte. So, das ist schon mein Job, aber nicht der Grund sein. Ich glaube, das waren jetzt viele Sachen, die wirklich zum Nachdenken anregen und auch über den eigenen Führungsstil. Wenn ich eine letzte Sache noch dazu sagen darf, ich glaube, das passt gut zu Patricks Punkten. Als was brauchst du mich gerade? Dass es aus meiner Erfahrung ganz oft nur das offene Ohr ist, was glaube ich zu allen Punkten von euch irgendwo passt. Ich glaube, was ich mit oder das nehme ich zumindest am meisten wahr, als Slack-Nachricht bekomme von meinen Führungskräften. Danke für vorhin, dass du zugehört hast oder danke, dass ich mich bei dir auskotzen durfte, weil oft geht es ja nur darum, dass du irgendwo mal deine Punkte irgendwo platzieren kannst und das ist für Führungskräfte super schwer, die im eigenen Team zu platzieren, weil man manche Themen einfach nicht irgendwie offen ansprechen kann oder auch gerade irgendwie, dass man sich irgendwie gerade über eine Situation auskotzt, kannst du oft nicht ins Team zurückspiegeln und oft ist es einfach nur zuzuhören und dass es schon super viel bringt und dass es eigentlich dann Zeit und offenes Ohr ist und das kostet als Führungskraft gar nicht viel, sondern einfach nur so wie wir gerade sich wirklich hinsetzen und sich das Thema anhören und vielleicht dazu irgendwie was zu sagen und dass Tipps dann auch noch was bringen, aber oft ist es einfach nur sich die Zeit nehmen. Vielen, vielen Dank euch. Ich glaube, da waren super viele Themen dabei. Ich glaube, dass es sehr rattert bei vor allem Führungskräften, die gerade zugehört haben. So war es bei mir. Ich war abends nach der Tam immer platt im Kopf, obwohl ich den ganzen Tag noch auf dem Sofa gesessen bin und manchmal aufgestanden bin. Deswegen, wenn jetzt der eine oder andere sagt, ich interessiere mich da jetzt für euer Programm, dann wie erreicht man euch am besten? LinkedIn, Webseite, Telefon? Tamgooglen. 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 Tam-akademie.de auf LinkedIn, Instagram, TikTok, eigentlich auf allen gängigen Kanälen mittlerweile. YouTube, auch mega cooler Videoformat. Ja. Ohne ich hätte es am Ausrufer nachgedacht, aber haben wir bis jetzt noch nicht. Ja, kommt noch. Kommt dann 2025, ne? Ja. Stark. Sehr gut. Vielen, vielen Dank und danke, dass ihr euch Zeit genommen habt bei euch, glaube ich, am Feiertag, oder? Weltfrauentag. Genau, hier ist Weltfrauentag. Lorenz und ich am Feiertag heute und feiern gleich noch ein bisschen. Sehr schön. Sehr schön. Danke euch. Dachte ich mir schon von deiner Kappe. Dachte ich, muss noch mal fragen. Haben wir das gelesen? Am Anfang habe ich gelesen, ja. Sehr schön. Dann... Rumi, großen Dank für deine Zeit. Danke euch. Ich rieche nochmal an Johannes und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Das machen wir. Macht's gut. Tschüss. Danke. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.